willkommen wieder bei mir im torsten akaratur beim klaren zuweiser vielen vielen dank für die wirklich vielen und netten hashtag mit streams auf meinem kanal ich jetzt nicht gedacht dass es doch so viel werden ich habe die jetzt heute abend erst mal alle freigegeben und ich freue mich auf euch ich freue mich drauf dass ich rhl werde und ja der ein oder andere hat gesagt ja tuto mach mal lieber ein stream wenn du rf bisher sicher kein thema das mache ich natürlich auch wenn ich rf bin aber wir gucken uns hier den ck angriff von eis auf die 8 an wir waren erst sehr skeptisch aber der eis war sich sehr sicher und ich glaube er kann sich auch sicher sein also cooles ding hier und ich freue mich ganz ganz besonders also heute abend ab 19 uhr ich plane so den live stream wenn es denn er oder später wird das werdet ihr sehen aber ich bin bei euch ihr seid bei mir und das freut mich echt ganz besonders also ich hätte nie gedacht dass es so viele hashtag hashtags gibt an am ende denn die leute die wir den hashtag gepostet haben die müssen mein video schon bis zum ende geschaut haben und ich bin euch fürchterlich dankbar dass ich gemacht habt denn ich hatte er sorge so nach dem motto das guckt mir eh nie bis zum ende toto das schalten die vorher aus oder spulen vor nein sie haben es geguckt und sie haben es mir gepostet ich habe es freigegeben ihr könnt das unter euer video von gestern sehen sie sieht diese folge ja heute morgen 9 uhr also schaut auf jeden fall die folge um 12 uhr denn danach gibt es ja von mir den live stream und natürlich gibt es auch am donnerstag wieder die dorfbesuchs folge gar keine frage habe ich schon ready alles cool und ja ich bin total begeistert und ich war so ein bisschen bin ich auch so angehypt ja also ich bin wirklich gut drauf hätte nie gedacht dass das so gut klappt hier mit mir und auch mit dem kanal hier denn ja es ist auch sehr unüblich dass so ein kanal hier so stabil bleibt ich nenne es nur stabil denn viele andere kanäle verlieren im moment abonnenten weiß weiß der geil warum aber ich bin hier relativ stabil freue mich immer wenn ich nach zwei drei tagen videos so 500 views auf meine sachen habe und dann weiß ich tut es lohnt sich mach weiter den leuten oder die leute er freuen sich daran die freuen sich ich bin immer auch ganz ganz nah bei euch also ich freue mich wirklich auf den livestream heute abend und ich würde sagen bis dahin mit diesem schönen drei ständer vom eis auf den j euer tuto clasht